Hier auf dem Campus der Fachhochschule Münster wird den ganzen Tag geforscht, gelernt und neue Maschinen entwickelt. Viele Studenten tummeln sich hier und machen spannende Sachen. Doch wenn es Abend wird, ist plötzlich alles anders. Zumindest an drei bestimmten Tagen im Jahr. Nämlich dann, wenn Professor Dr. Merkens seine Physikshow für Kinder veranstaltet. Dann werden von Andreas Galle die spannenden Experimente im großen Hörsaal aufgebaut. Und der verwandelt sich dann in ein riesengroßes Labor. Im Spielzimmer für Physiker. Wollen wir doch mal sehen, was da so Spannendes passiert. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.